Früh übt sich. Unser ganzes Leben besteht darin, dass wir Rollen spielen. Warum nicht im Schauspielkurs früh genug damit anfangen? Und hier seht ihr einige Rollen aus dem Leben. Was ist denn das Besondere am Schauspielkurs? Das Besondere am Schauspielkurs ist, dass er übergreifend fürs Leben ist, weil die Kinder im Schauspielkurs lernen zum Beispiel mit Gefühlen umzugehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie lernen, wie man im Miteinander auf der Bühne zusammen agiert. Sie können ihre Kreativität freien, lauflaschen und sie lernen letztendlich auch den Körper mit der Sprache zu verbinden, was ja ganz wichtig ist in der Schule zum Beispiel beim Referatehalten. Oh, das klingt ja sehr spannend. Wollen Sie doch anschließend vor Flangen? Ja, macht mit! Ja, das macht Spaß! Mein Name ist Corina Ramona Ratze. Ich stehe seit 17 Jahren auf der Bühne. Ich bin Diplom-Clown-Schauspielerin und mein Profi-Wissen weiterzugeben an die Kinder, das ist eine Herzensangelegenheit. Ich bin Diplom-Clown-Schauspielerin und mein Profi-Wissen weiterzugeben an die Kinder, das ist eine Herzensangelegenheit.